Die Portugiesin nur Scherze machen New United-Trainer José Mourinho hat über die Gerüchte um seine Entlassung gescherzt, sie sagen ich bin in Gefahr, aber ich glaube nicht. Wenn ich entlassen werde, wissen sie viel Geld sie mir bezahlen müssen, sagte der Portugiese in der italienischen Zeitung La Repubblica. Der Vertrag von The Special One wurde im Januar bis 2020 verlängert. Sein geschätztes Jahresgehalt beträgt 15 Millionen Euro. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt, gewann United am Wochenende beim FC Burnley und Mourinho gab einem Fan sein Jacket. Jetzt DRZN gratis testen und noch heute die Premier League live. Aber für die Fans ist es wichtig, weil sie das Team unterstützen, so der Portugiese. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus Ein-Bär Mehr Live-Streams, Live-Streams, Live-Streams